Ich glaub du hast dich mit dem Falschen angelegt, Junge, ja? Oh, scheiße! Leute, nein! Oh mein Gott, Leute, unser Fuel ist ausgegangen. Hallo ihr Lieben, was ist das? Hier ist euer Trebo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier auf Mountaintop, ihr seht es schon und wenn ich hier oben stehe, dann kann es nur eins heißen, man hat mich auch schon mehrmals gefragt. Wir machen heute einen Wingsuke Light. Ich hab schon die ganze Berg, ein paar Sticky Bombs, Molotov Cocktail, falls sie weglaufen wollen. Oh damn, das wird abgehen. Es wird eh keiner spawnen, jetzt hoffentlich. Wir holen jetzt mal unsere Shepack Fuel und alles raus, damit es ausgeht und dann haben wir irgendwie gesagt, ich soll mal die ganze Zeit so hüpfen. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Und let's go! Und wenn ihr hochschaut und dann so sneak, dann gebt ihr wieder einen Boost nach oben. Das ist richtig geil. Und so gehen wir jetzt mal auf die Jagd, das würde mich immer sehr interessieren. Nur der Start ist immer so schwierig. Dort muss ich mir auch irgendwas überlegen, was ich machen kann, damit der Start ein bisschen besser läuft. Dass ich auch wegkomme, wenn die Gegner mich wirklich mal kriegen wollen, damit ich auch gleich weg kann. So. Also das ist jetzt die Frage, wo wir jetzt hingehen. Ja, auf den Häusern sind manchmal Chests, die kann man immer schön looten so. Aber sonst, okay, dort wären Gegner gewesen. Dort sind die zwei Gegner. Mit zwei Gegnern will ich mich zum Beispiel nicht anlegen, weil den einen kann ich töten. Der eine kann nachher abstauben kommen, das will ich jetzt nicht unbedingt. Warte. Aber ihr seht es schon, Leute, es ist richtig hart, so zu zielen. So, wo ist er jetzt? Boom. Haha. Okay. Also hier sind einige am Fighten dran. So, warte, den kriegen wir auch noch. Oh mein Gott, das ist so hart, aber das ist so cool. Ist das so hart? Das gibt es nicht. Jetzt ist der sowieso rein, schade. Verdammt. Okay, ein Chapack-Fuel haben wir schon verwendet. Ich habe jetzt nur drei mitgenommen. Aber es ist so cool. Warte. Alter, das ist so schwer, Leute. Oh! Was war jetzt? Verdammt. Scheiße, Leute. Oh, fuck. Wir hatten eine Crashlandung, Leute. Wir hatten eine Crashlandung. Was? Nein, ich hätte es nur fast geschafft. Komm. Mann, Leute, wir kommen nicht mehr hoch. Ja, wir haben es geschafft. Oh. Oh mein Gott, das ist so hart. Junge. So. Wo ist denn der jetzt, wo er uns töten wollte? Müsst ja auch hier irgendwo rumschweben, aber... Ist jetzt egal. Gehen wir weiter. Es ist so cool, Leute. Es ist so cool, aber es ist so schwierig, irgendwas zu treffen. Oh, da war ein Gegner. Ja. Okay, okay, okay. Und so, jetzt gehen wir drauf. Oh, den ersten haben wir. Und... Warte, warte, warte. Jawohl. Haben wir auch noch. Warte, ist hier noch einer? Hier ist noch einer. Aha. Jawohl, Leute. Wir haben alle... Wir haben alle geholt. Jetzt müssen wir das schnelle Loot aufsammeln. Oh mein Gott. Es ist so cool. Gott, Leute. Ich komme nicht aus dem Wasser. Hier sind überall Leute. Die ganze Zeit sind hier Leute. Da ist einer. Vorhin habe ich jetzt gerade im Wasser einen getötet. Da ist schon wieder einer. Das ist unglaublich, wie viele Leute das hier sind. So, warte, komm. Den holen wir uns schnell. So, den haben wir. Hinter uns ist... Ist einer. Okay. Der ist da... Da oben. Wir müssen nachher wieder zum Flug ansetzen. Weil ich nicht die ganze Zeit hier rumtröden will auf dem Boden. Wenn ich schon eine Wingsuit-Folge mache, will ich auch mit dem Wingsuit fliegen. So, sind wir sicher. Äh, ich packe mal so ein bisschen was rein. Das Aller Nötigste. So, ja. Wingsuit raus. Wingsuit. Nein, 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 nein. Wingsuit rein. Da ist ein Gegner. Oh mein Gott. Ich darf den Wingsuit nicht verlieren, Leute. Egal, was passiert. Ich darf den Wingsuit auf keinen Fall verlieren. Genau wegen sowas. Fuck, 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 Leute. Leute, Leute, Leute. Okay. Das Auto geht wieder. Das Auto geht wieder. Ich muss jetzt irgendwo einen sicheren Spot finden, wo ich kurz mal losfliegen kann. Jetzt haben wir es, Leute. Wir haben es wieder. Wir sind wieder in der Luft. Wir sind wieder in der Luft. Der It's PvP Gaming bleibt mich auch schon die ganze Zeit an. Ob ich noch da bin. Aber ich habe jetzt leider in der Aufnahme keine Zeit dafür. So. Du wolltest uns vorher töten, ha? Ich glaube, du hast dich mit dem Falschen angelegt, Junge, ha? Oh. Scheiße. Leute, nein. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, unser Fuel ist ausgegangen. Oh mein Gott, Leute. Nein. Nein. Unser Fuel. Unser schönes, schönes Fuel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann es nicht glauben, Leute. Oh mein Gott. So endet die Folge jetzt. Jetzt. Jetzt ist es aus. So, Leute. Ich beende die Folge jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mein Chap. Mein Wingsuit. Ist weg. Toll. Ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.